Dieser Volkswagen Turan ist hier zum Verkauf angeboten. 7 Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen-Wendplatz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 182.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2004. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Dachrailing, Tempomat, Bordcomputer, Sitzheizung, und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 136 PS auf ein Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Und Sie sind hier. Und Sie sind hier. Und Sie werden sich die Kostümel Nummer erfüren. Und Sie haben jetzt den Kostümel. Und Sie werden uns. Und Sie werden sich in den Kostümel. mates uns und haben. und wir haben den Kostümel. Das ist dein Kostümel. Und das ist ein vieles. Vielen Dank.